Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider 1, oh, Alter. Dieses Level, Leute, das ist ja, das ist, das ist, das ist, das ist ein Traum. Ein Traum von einem Level. Jetzt ist er nicht da, ne? Ah. Ja, jetzt kommen wir zum Milliarden von Gegnern jetzt. Jo, jo, Digi. Good job. Tiff doch mal. Äh. Äh, boah, ich will die Schufwände. Das geht ja woanders. Oh. Ah, das ist locker, ich hab einfach das Gefühl, wir werden ein bisschen mehr Schufwände brauchen. Obwohl, äh, wohl, äh. Alter, wir sind so kurz vorm Ende, ne? Das Spiel wird wirklich ab jetzt von Level zu Level unangenehmer. Also, am Anfang war das irgendwie auch ganz lustig mit diesen Bären, Dinos und Späder-Mäusen. So, ja, der Anfang. Aber mittlerweile, wenn die gerade am Punkt, alle Gegner wollen dich nur noch abfacken. Ey, das ist, das ist, das ist, das ist nicht mehr wahr. Zum Glück hab ich ein bisschen Schokolade. Oder Kuchen. Nein, so ein Schokoladenkuchen. Und so ein Schokoladenhasen. Wird so ein bisschen... Aber mit Vollmilch. Mit so einem Vollmilch-Schokoladenkuchen. Ähm. Und alle, das ist so schlimm. Ne. Man, das war gegessen, da brauchst du die Schokolade. Da brauchst du die Schokolade raus. Gleich, Schokolade rausziehen. Da brauchst du überhaupt eine Überlebenschance. Äh. Ohne Schote geht dir gar nichts mehr. Habt ein bisschen Angst. Jetzt nehmen wir noch neben dir. Oh, da, sie nimmt den hinten. Der überhaupt, der sechs Kilometer weit weg ist, da, den nimmt sie. Ja, Gott sei Dank nimmt sie immer den richtigen. Oh, ey. Oh, ey. Äh. 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 Dieses Spiel, Alter. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Du, du. Ich kriegst... Äh. Leute. Da kriegst du einen echten Einzuviel. Wirklich. Hm. Ja, ist es weg? jetzt sind alle in mir sehr weit erledigt gewinnen wenn die kleinen schon mal weg ja muss sein zu kürze nicht hin also krägt man eh kaum hin, aber dann krägt man keinem hin um zwei warum warum mensch 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 eigentlich das war so gut das speicher ich ja ja easy gott sei dank warte mal wenn die beiden weg sind ich werde wieder ein bisschen die muni sparen nehmen die jetzt so oft schon das ist schon ein bisschen unverschämt er weiß ich habe gedrückt gott sei dank sterben wie ein könig so wir haben es geschafft einbauen bleiben unter tradition treu aber das spiel geht davon aus dass ich ja kein schotten von gutem und ihnen abgerissen weil es ja auch kaum welche gibt es glaube es geht auch davon aus jetzt auch leute jetzt nimmt doch ja dann in dem weg ist mir scheißegal nehmen einfach einen weg mensch lehrer jetzt machen wir immer noch kopfschmerzen lady ein kleiner vogel sagt mir ich soll sie zur hölle schicken nee wurde unge was bist denn du feiner das tun wir wieder kennen wir uns nicht du bist doch der zweite mitarbeiter von nadia na ganz toll na tolle wurst ich wollte zwei mitarbeiter noch mal kennenlernen wohl ja ich wollte ihn nie kennenlernen na tschüss fick dich da ist nur dabei immer schönes und wie hast du es eigentlich dahin geschafft wieso schaffen die das jedes mal du kannst ohne probleme okay das gibt's schon her das heiligtümer des geon wir haben's oh gott das war ja mal scheißlevel alter heiligtümer oh gott mein geheimnis habe ich nicht gefunden habe scheiße ich bin durchgekommen es reicht da haben wir ja endlich das kleine biest haudi guten tag haben sie larsen das licht ausgeblasen wenn man es so ausdrücken will tja ihr kleiner ferienausflug ist zu ende wird zeit dass ich zurück bekomme was sie mir gestohlen haben schauen wir doch mal in die lunchbox na los tötet sie wenn ich nicht mehr die 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 der die die Ruf, ruf! Fahren wir die uns zurück? Ja klar! Wow! So muss ich das nicht fahren. Na klar, natürlich! Zeig's uns, Sarah! Du Bettest! Was zum Geier war das? Was denn? Da drüben! Wahrscheinlich nur ein Fisch! Muss aber ein ziemlich großer gewesen sein. Mann, bist du nervös! Ich geh wieder rein! Kommst du mit? Ruhig halten! Da kommt es! Seid ihr fertig? Warte! 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 Mach Ich kriege die meine Knarren wieder. Ich hoffe mal, dass ich sie automatisch wieder kriege. Ja gut, okay. Aber das kann ja jetzt eigentlich gar nicht mal so harter werden. Theoretisch, weil, ich meine, ihre Kader kommen, werden ja wohl Gegner frei sein, ne? Wir haben keine Waffen, also Gegner und so, wir haben nur schreckliche Steuerung, wir haben nur eine Steuerung. Die haben natürlich mal kämpfen müssen. Umso, weil ich sie so schnell mache, es lässt sich aber auch nicht wirklich anders steuern, die Kamera. Oh, was ich? Oh, was ich? Oh, was ich? Oh? Oh. 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 Ja. Oh. Halt den Motor starten vielleicht? Oh. 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 sehr gut Ah, Lara, ganz ehrlich. Oh, das nervt. Ein Schritt zu viel und ... ... zu ins Wasser. Springen doch da drauf, Lara! Da drauf! Oh, Mensch! Bescheuert kann man ja nicht sein. Na gut. Na gut. Nö. Ne. Okay. ... ... ... ... ... ... ... ... ja ich hätte aufschießen hab ich da auch nicht ne, das hat nur Millikits äh äh Ich werde keine so abschieben. Ja, was will er später mir jetzt hier mache? Ja. Ah, ah, hoch, genau. Ah, da hinten, warte, hier ist ja auch noch was. Ah, warte mal. Okay. Nein. Ah, die Frage ist, ich komme wieder hin. Okay. Okay. Das ist da unten. Da ist nix. Da hat er auch nix. Warte mal. Was ist, wenn man... Mal gucken, ob es geht. Ja, natürlich springen wir nicht, dann geht gar nix. Oh, ey. 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 ey. Oh, 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 ey. ine Wind, ohne vornie. I ist nix. Ah, klar. Wenn ich werde�를. Alte zum Teufel. Er baut n der Dusch. Oh mein Gott. erbaut in der händler sich kann man eingeschieben okay achte schon wir brauchen wir brauchen eine schade mit munition und mehr nicht oder na gut da hab ich mal muni gefunden aber vielleicht machen wir es mal so das war mal hier bleiben genaue schon ist ja hier speichern und dann machen wir hier unten weiter aber mal gucken am und bleiben vielleicht ist dann doch noch mal falls man weiß es ja nicht aber gut da würde ich sagen wir gucken wir am nächsten mal darum ich kann es mal noch ein bisschen selber probieren und dann gucken wir mal nach wenn es gar nicht klappen sollte und ich danke wie immer fürs zuschauen mit dabei sein ich hoffe jetzt heute gefallen jetzt ist das nächste level wie das wird ich danke haut rein bis nächsten folge bis zum nächsten mal bis morgen weiter